Fußball ist mein Leben. Am wenigsten mag ich am Fußball eigentlich nichts. Mein größtes Hobby im Nebenfußball ist Tennis spielen und schwimmen. Mein Lebensmotto ist, gebe niemals auf. Mein Idol ist Iker Casillas. Mein Ritual vor dem Spiel ist Spät. Wenn ich nicht Fußballer geworden wäre, dann weiß ich nicht, was ich sein würde. Von meinem ersten Profi-Gehalt habe ich gleich alles ausgegeben, für Geschenke und so einfach für mich auch Sachen gekauft. Meine Eltern haben immer gesagt, ich soll mein Bestes geben und irgendwann werde ich vielleicht auch belohnen. Der Mensch oder die Menschen, die mich am meisten unterstützen und meine Familie. Wenn ich einen Tag mit jemandem tauschen könnte, dann wäre das Ronaldo. Weil er einfach ein Top-Spieler ist. Da würde ich schon gerne wissen, wie sich das so anfällt. Mein Karriereziel ist, Meister mit der Austria zu sein und in der Champions League zu spielen. Im Mannschaftsbus sitze ich alleine. Ich habe den Rücken um 31, weil ich sie so bekommen habe. Nein, weil mir wurde sie angeboten und ich habe nicht nein gesagt. Ich hatte früher Nummer 13 und bei den Amateuren. Das ist halt genau Umgekehrt und mir macht das nichts aus. Das ist eine gute Nummer für mich. Thorsten Fink ist für mich einer der besten Trainer. In meinem Spinn findet ihr immer ein paar Poster. Ja, von mir. Ja, ich behalte mir halt die Sachen. Vom Stadionmagazin oder vom Album habe ich mich schon behalten und aufgeklebt. remen krn Untertitelung des ZDF, 2020